Ja, meine Damen und Herren, wir sind live zurück im Deutschen Bundestag. Hier hat in dieser Minute die aktuelle Stunde begonnen. Es geht um die Ratifizierung des Freihandelsabkommens CETA mit der Republik Kanada. Und zwar darum, wie dieses Abkommen auf europäischer Seite ratifiziert werden soll. Ist es nur eine europäische Veranstaltung oder muss es durch die einzelnen Landesparlamente? Das will jetzt vor allem die Linke hier in dieser Aktuellen Stunde klären. Sie hat sie beantragt. Ihr Abgeordneter Klaus Ernst ist der erste Redner. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Zitat Ende. Das beschreibt wunderbar, wie die Kommission in dieser Frage der Handelsabkommen vorgeht. Diesmal war offensichtlich der Aufschrei zu groß. Aber, meine Damen und Herren, die Methode hat sich nur scheinbar geändert. Mit List und Tücke will man CETA weiter vorantreiben. Zwar ist jetzt klar, dass die Zustimmung des Bundestags und die Zustimmung auch des Bundesrats notwendig ist. Wir hoffen allerdings, dass es auch so bleibt, was da zurzeit gesagt wurde. Das war ja nicht immer so. Aber nun geht es darum, dass der Rat und die Kommission Teile des Abkommens CETA schon vor einer Abstimmung in den Parlamenten vorläufig in Kraft setzen wird. Und zwar möglicherweise schon ab 23. September soll das beschlossen werden. Welch ein Unfug, Kolleginnen und Kollegen. Wenn das gesamte Abkommen durch die nationalen Parlamente abgesegnet werden muss, und das gesamte Abkommen, dann verbietet es sich von selbst, dass Teile davon vorläufig in Kraft gesetzt werden. Das ist Logik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist höchstwahrscheinlich, dass mindestens an einem nationalen Parlament diese Abkommen scheitern. Deshalb macht die Politik der Union natürlich wieder Sinn unter dem Motto Bauernfänger. Kolleginnen und Kollegen, man macht wieder eine ähnliche Politik und will Fakten schaffen, die kaum mehr rückholbar sind. Im Übrigen ist vollkommen offen, welche Teile des Abkommens denn unter EU-only, also nur der europäischen Ebene verantwortlich, eigentlich sein sollen. Welche da sind und welche es nicht sind. Auch das ist vollkommen offen. Auch eine Abstimmung im Europäischen Parlament reicht dazu nicht, um das in Kraft zu setzen. Das Handelsabkommen ist eben kein normales Abkommen. Es ist äußerst umstritten, und zwar in vielen Ländern in Europa. Wenn man Europa stärken will, muss man die Parlamente wirklich beteiligen und nicht durch vorläufige Inkraftsetzung wieder außer Kraft setzen, meine Damen und Herren. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, bedeutet, dass man die Union und die Zustimmung der Menschen zu dieser Union weiter infrage stellt. Ich kann nur raten, das nicht zu tun. Wir wollen weder ein Sonderklagerecht für Konzerne, wir wollen keine Aushöhlung des Vorsorgeprinzips, keine Schwächung der Standards durch regulatorische Kooperation, keine Einschränkung der kommunalen Selbstbestimmung und auch keine Öffnung für gentechnisch veränderte Organismen. Weder vorläufig noch endgültig, meine Damen und Herren. Deshalb sage ich und da fordere ich auch unseren Wirtschaftsminister auf, die vorläufige Anwendung auch nur von Teilen des Abkommens im Rat abzulehnen. Auch nur von Teilen. Wenn hinterher sowieso das gesamte Abkommen abgestimmt werden muss, hier im Parlament und im Bundesrat, macht es überhaupt keinen Sinn, wenn man nicht wieder die Parlamente aushebeln will, dass man es vorläufig macht. Hören Sie auf mit diesen Tricksereien. Die Rede von Klaus Ernst war das für die Linksfraktion. Nach ihm jetzt Michael Fuchs, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Die Aktuelle Stunde heißt keine CETA-Ratifizierung ohne Beteiligung von Bundestag und Bundesrat. Erstens. Der Bundestag wird in jedem Falle beteiligt. Und zweitens. Den Bundesrat werden wir nicht beteiligen. Das ist die Sache dieses Parlaments und nicht des Bundesrates. Deswegen sehen wir das auch gar nicht ein. Die Wirtschaftsleistungen, die Beschäftigung und sozialer Wohlstand, Deutschland, sie hängen massiv vom Außenhandel ab. Machen wir uns bitte nichts vor. Rund 40 Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes erwirtschaften wir im Außenhandel. Und ohne diese 40 Prozent, und ich habe ja das Gefühl, Herr Ernst, dass Ihnen Arbeitsplätze nicht wichtig sind, werden wir ein riesiges Problem bekommen. Denn gerade der Außenhandel trägt zu unserem Wohlstand erheblich bei. Meine Damen und Herren, mit Kanada haben wir Exporte von 9,9 Milliarden und Importe aus Kanada von 4 Milliarden. Das zeigt, wie stark die deutsche Wirtschaft ist. Und das funktioniert aber nur mit vernünftigen Außenhandelsabkommen. Und sonst funktioniert es eben nicht. Jahrzehntelang hat sich in diesem Hohen Hause und Sie erst recht nicht niemand um Freihandelsabkommen gekümmert. Das war immer völlig egal. Ich bin ja nur ein Außenhändler von Berufswegen und habe das über Jahrzehnte gemacht und habe an all den Runden teilgenommen. Ich habe überhaupt nicht erlebt, dass sich die Linke mit diesen Sachen beschäftigt hat. Schon gar nicht, als es um Korea gegangen ist. Wir haben 2005 das Korea-Abkommen begonnen zu verhandeln. Und es ist rund fünf Jahre später fertig geworden, im Jahre 2011. Kein Mensch hat sich darum gekümmert. Es gab einen einzigen, der bei mir mal gewesen ist und gesagt hat, da müssen wir vorsichtig sein, das ist gefährlich. Ich will ja keine Namen in diesem Hohen Hause nennen. Aber es war ein Vertreter der Vereinigung der Automobilindustrie. Und diese Vereinigung hatte Angst, dass zu viele koreanische Autos nach Deutschland importiert würden. Kann sein, dass da ein paar mehr reingekommen sind. Aber das waren Hyundai und Davos, die französische und italienische Autos verdrängt haben. Aber unsere Industrie hat erheblich davon profitiert. 55 Prozent Zuwachs an Exporten nach Korea. Das ist die Folge dieses Abkommens. Und davon profitiert nicht nur unsere Industrie. Davon werden Arbeitsplätze gesichert. Und genau das wollen wir mit diesen Abkommen erreichen. Und es ist anscheinend auch den Linken und den Grünen völlig unbekannt, dass wir über 200 aktive Freihandelsabkommen in der WTO haben. Und allein die EU hat bereits 35 Abkommen abgeschlossen, seitdem wir dieses Mandat an die EU übertragen haben. Was ja jetzt zum Teil wieder zurückgenommen werden soll. Und da mache ich ein Fragezeichen dran. Und dann haben wir auch noch 130 Investitionsschutzabkommen abgeschlossen. Oh Wunder! Oh Grauen! Nichts funktioniert. Natürlich funktioniert. Es funktioniert bestens, Herr Ernst. Sie haben das nur nicht gemerkt. Und ich lassen Sie mich kurz zu dem CETA-Abkommen einiges sagen. Erstens. Sie behaupten, das sei nicht transparent. Dann sind Sie des Lesens englischer Texte anscheinend nicht mächtig. Seit 2014, seit Herbst 2014, gibt es ein fertig ausgehandeltes Abkommen in englischer Sprache, was zu 100 Prozent vorliegt. Das Legal Scrubbing, das sogenannte Legal Scrubbing, nämlich die rechtsförmliche Bereinigung, ist seit April diesen Jahres fertig und liegt vor. Die deutsche Variante, dann wird es ja für Sie deutlicher und einfacher, wird Ende dieses Monats vorliegen. Also wer jetzt behauptet, das sei nicht transparent, der erzählt schlichte Märchen. Das ist aber das, was Sie die ganze Zeit bei den Freihandelsabkommen machen. Und das ärgert mich auch so. Und wenn dann behauptet wird, das Recht beider Vertragsseiten, eigene Regulierungen zum Schutz von öffentlicher Sicherheit, Umwelt etc. zu treffen, der bleibt wirklich außerhalb der Wahrheit. Das bleibt nämlich völlig unangerührt. Gar nichts wird da verändert. Auch das ist Ihnen bekannt. Sie sind schlau genug, um das alles zu wissen, Herr Ernst. Ich ärgere mich darüber, dass Sie so tun, als wäre es nicht wahr. Und lassen Sie mich zum Abschluss noch zwei Sätze dazu sagen, warum diese Abkommen so wichtig sind. Weil wir da Klarheit haben und weil wir dann Standards gegenseitig anerkennen. Und wenn Sie Zweifel an den Umweltstandards haben, dann schlage ich vor, Sie rufen mal bei VW an. Denn die amerikanischen Umweltstandards sind die kanadischen Umweltstandards. Und die sind wesentlich deutlicher und wesentlich schärfer in der Automobilindustrie als in Deutschland und in Europa. Also, ich empfehle ein Telefongespräch mit Ihren Gewerkschaftskollegen bei VW. Die werden Sie dabei aufklären. Und ich denke, das wird Ihnen dann vielleicht ein Stück weit erläutern, wie wichtig solche Abkommen für uns sind. Michael Fuchs war das für die CDU-CSU-Fraktion. Weiter geht es mit Katharina Dröge, Sprecherin für Wettbewerbspolitik der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Tatsächlich haben wir seit gestern Klarheit darüber, dass der Deutsche Bundestag über CETA entscheiden wird. Ich hatte bis zu der Rede von Herrn Kollegen Fuchs auch gedacht, dass wir Klarheit darüber haben, dass der Bundesrat darüber entscheiden wird. Das haben Sie jetzt infrage gezogen. Und vielleicht können Sie, Herr Minister Gabriel, zu dieser Frage dergleichen in der Debatte noch mal etwas sagen, weil es natürlich eine wichtige Frage ist, ob auch unsere Länderkammer beteiligt wird oder ob es da jetzt Bestrebungen der Unionsfraktionen gibt, die Länderkammer in der Beratung außen vor zu halten. Aber ich muss schon sagen, ich finde, es ist eine eigentümliche Situation, dass wir jetzt zwei Jahre, nachdem die Verhandlungen von CETA abgeschlossen sind, überhaupt eine Aktuelle Stunde darüber durchführen müssen, dass wir jetzt wissen, wer über CETA abstimmen darf. Die Debatte dazu hat uns in den letzten Monaten in der Europäischen Union nicht wirklich geholfen, muss ich sagen. Und ich bin sehr froh, dass Herr Juncker seine Ankündigung der letzten Woche eben nicht wahrgemacht hat, dieses so wichtige Abkommen eben ohne Beteiligung des Deutschen Bundestages durchdrücken zu wollen. Und ich sage Ihnen dabei ganz klar, es geht dabei nicht um die Frage, ob nicht auch das Europäische Parlament ein demokratisch richtiger und legitimer Ort ist, um über solche Abkommen abzustimmen. Es geht darum, dass es in der EU Spielregeln gibt, auf die wir uns verständigt haben. Und diese Spielregeln kann man nicht einfach dann umgehen, wenn es einem nicht passt. Die kann man nicht einfach dann umgehen, wenn man Angst davor hat, dass so ein Abkommen in den nationalen Parlamenten scheitern würde, dann auf einmal sagen, ein Abkommen, was ganz klar ein gemischtes Abkommen ist, deklariere ich jetzt mal einfach als EU-only-Abkommen, weil ich Angst vor der Beratung in den nationalen Parlamenten habe. Diese Art von Verfahrenstricks ist das, was die Menschen nicht verstehen. Und es ist dieselbe Art und Weise, und da muss ich Ihnen ganz explizit widersprechen, Herr Fuchs, wie CETA und wie auch TTIP verhandelt werden, nämlich die Geheimhaltung dieser Abkommen, auch die Geheimhaltung des Mandates, die nicht die Europäische Kommission zu verantworten hat, sondern die auch Sie als Bundesregierung zu verantworten haben. Diese Geheimhaltung ist auf derselben Ebene. Und es ist ziemlich billig von Ihnen, Herr Fuchs, hier hinzustellen und zu sagen, dieses Abkommen wurde ja vor zwei Jahren veröffentlicht, und damit ist es ja total transparent. Damit sagen Sie nämlich, das Abkommen muss dann veröffentlicht werden, wenn es fertig ist. Und genau das ist das Problem an diesem Abkommen, dass im gesamten Verhandlungsprozess niemand beteiligt wird an diesen Verhandlungen, niemand wissen kann, was darin verhandelt wird. Und wenn ein Abkommen jetzt fertig ist, und das haben wir ja über die letzten zwei Jahre erlebt, dann stellt sich die Bundesregierung hin und sagt, ich kann daran nichts mehr ändern, das Abkommen ist ausverhandelt, das ist mit den Vertragspartnern geeinigt worden, dann ist es ein Riesenärger und ein Riesengezerr, überhaupt nur noch Kleinigkeiten in diesem Abkommen zu verändern. Wir haben an einer einzigen Stelle jetzt noch geschafft, Nachverhandlungen durchzusetzen. Und in allen anderen Bereichen haben wir es nicht mehr geschafft, über dieses Abkommen zu reden. Und das ist genau der Grund dafür, warum wir transparente, offene Verhandlungen brauchen. Und ich sage Ihnen, Herr Fuchs, gerade in der Zeit, in der wir uns aktuell in Europa befinden, in der Rechtspopulisten in sehr vielen europäischen Ländern Verschwörungstheorien und auch Unfug auf die Europäische Union provozieren, gerade in diesen Zeiten sollten wir nicht durch Verfahrenstricks und Hinterzimmerpolitik reale Angriffsfläche bieten. Und gerade in diesen Zeiten ist es aus meiner Sicht notwendig, dass wir eine demokratische Politik machen und dass wir transparente und klare Regeln haben und sie auch einhalten. Und wenn Sie CETA umsetzen und durchsetzen wollen, Herr Fuchs, dann müssen Sie auch was zu der Kritik sagen, die es an diesem Vertragstext gibt. Dann können Sie nicht allgemeine blumige Sonntagsreden halten, dass Sie ja Außenhändler sind und deswegen ja Außenhandel irgendwie ganz grundsätzlich und so super ist, sondern dann müssen Sie sich mit diesem Vertragstext in der Sache auseinandersetzen. Und da möchte ich Ihnen nur drei Beispiele geben, warum dieser Vertragstext abgelehnt werden muss. Das erste Beispiel sind die Schiedsgerichte, die unsere etablierten rechtsstaatlichen Prinzipien infrage stellen und die massiven Druck auf eine fortschrittliche Umwelt- und Sozialgesetzgebung ausüben werden. Da haben Sie ein bisschen was nachverhandeln können, aber trotzdem sind es die alten Schiedsgerichte in einem alten Gewand. Und von Ihnen habe ich in Ihrer ganzen Rede kein einziges Argument dazu gehört, warum Sie diese Schiedsgerichte irgendwie richtig oder unproblematisch finden oder warum die fachliche Kritik, die wir jetzt seit zwei Jahren im Deutschen Bundestag daran formulieren, irgendwo nicht zutreffend sind. Kein einziges Argument von Ihnen zu diesem Punkt. Das Zweite ist das Thema Vorsorgeprinzip. Der Grundpfeiler unseres europäischen Verbraucherschutzes steht im Vertrag nicht drin. Und mehrere Experten haben schon bescheinigt, dass damit eine deutliche Schwächung des europäischen Vorsorgeprinzips in Gefahr ist. Sie haben diese ganzen Gutachten vielleicht nicht gelesen. Wir haben uns intensiv damit auseinandergesetzt. Kein einziges Argument von Ihnen in dieser Sache. Ja, Sie sind eingeladen, hier gleich noch zu reden. Und mir irgendwann einmal dieses Argument zu widerlegen. Wir haben von Ihnen und von Ihnen noch nie etwas in der Sache zum europäischen Vorsorgeprinzip gehört. Und es wäre jetzt endlich an der Zeit, sich diesen Fachargumenten auch zu stellen, wenn Sie irgendwie überzeugen wollen, warum Sie diesem Abkommen zustimmen. Und das Letzte ist die Beeinträchtigung der Handlungsfähigkeit der Kommunen. Auch dazu gibt es Gutachten. Auch dazu gibt es Kritik daran, dass mit Negativlisten gearbeitet wird, mit unklaren Rechtsbegriffen gearbeitet wird, die die Handlungsfähigkeit der Kommunen einschränkt. Auch dazu von Ihnen in keiner Debatte im Deutschen Bundestag auch nur mal eine einzige konkrete Begründung, warum das unproblematisch sein soll. Und deswegen meine Botschaft an Sie. Es ist jetzt endlich Schluss mit dieser Hinterzimmerpolitik, mit dem Verschieben von Argumenten, mit dem wir warten jetzt noch. Wir müssen den Vertragstext erst bekommen. Sie sind jetzt gefordert, wenn Sie dieses Abkommen durchdrücken wollen, irgendwann mal ein Argument dafür zu liefern, warum das in der Sache vernünftig sein sollte. Da sind Sie jetzt echt mal gefordert. Katharina Dröge war das für Bündnis 90 Die Grünen. Nächster Redner ist jetzt Uwe Beckmeyer, der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Er gehört der SPD an. Das Wort hat der Parlamentarische Staatssekretär Uwe Beckmeyer. Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau Dröge, lieber Herr Ernst! Das ist Desinformation, was wir betreiben. Hier wird niemand ausgehebelt, kein Parlament. Das Parlament redet. Das war Ihre Forderung, das war Ihre Forderung, das war unsere Forderung, die der Sozialdemokraten in Deutschland, die der Sozialdemokraten in der Welt. Wir wollten und haben uns immer dafür eingesetzt, dass das Parlament, der Deutsche Bundestag, der Deutsche Bundesrat darüber berät und beschließt. Und jetzt passiert es. Ich denke mal, Ihre Aufregung über das, was Sie hier als Hinterzimmerpolitik betreiben, ist absolut unsinnig. Sie desinformieren die Leute draußen im Lande in einer Art und Weise, dass das Selbstverständnis dieses Parlaments darunter leidet. Der Bundesrat, und das, liebe Frau Dröge, haben Sie dem Kollegen vorgeworfen, der hat ein eigenes Selbstverständnis. Der wird sich zu Worte melden. Der wird ebenfalls darüber beraten und beschließen. Glauben Sie mir das, wenn Sie da im Bundesrat mal gesessen haben, wissen Sie, mit welchem Selbstverständnis die Damen und Herren dort aus den Bundesländern arbeiten. Da brauchen Sie keinen Hinweis von Ihnen dazu. Geheimhaltung. Ich habe nichts von Geheimhaltung bisher verspürt. Ich sage nur an dieser Stelle, die Beispiele, die Sie dort vorgetragen haben, die Sie dort vorgetragen haben, sind geradezu in den letzten Wochen und Monaten nachverhandelt worden. Gott sei Dank hat es einen, ich sage mal, Regierungswechsel in Kanada gegeben, der dazu beigetragen hat, dass die Signale aus Europa von der Sozialdemokratie aufgenommen worden sind. Und das Thema Vorsorgeprinzip, ich sage es Ihnen ganz deutlich, es gilt. Daran wird gar nichts verändert. Das Vorsorgeprinzip in Deutschland, in Europa gilt. Glauben Sie mir das. Und wenn Sie es nicht glauben, dann sollten Sie sich daran orientieren, was draußen von der Fachwelt dazu aktuell aufgeschrieben wird. Das Dritte. Investitionsgerichte. Wir sind weg von diesen privaten Gerichten. Wir haben sie abgeschafft. Wir haben sie ausverhandelt. Das ganze Thema ist inzwischen erledigt. Aber wenn Sie der Bevölkerung draußen immer die alten Kamellen, die Sie sich irgendwann mal zurechtgelegt haben, immer wieder erneut präsentieren, dann wird es allerdings langsam langweilig und dröge. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses Abkommen ist ein, ich sage mal, gutes Abkommen. Es geht darum, gemeinsame Spielregeln in der Weltwirtschaft zu schaffen. Gemeinsame Spielregeln sind nämlich besser als gar keine Regeln. Und wenn wir kein Abkommen haben, haben wir keine Regeln. Dann fallen wir in eine Situation zurück, die schlechter ist, als die wir erreichen können. Und ich denke mal auch, wir wollen bei der wirtschaftlichen Globalisierung in der Welt im Grunde dazu beitragen, dass wir sie politisch gestalten. Wer diesen Anspruch aufgibt, der sollte sich aus diesem Parlament verabschieden. Wir sagen Freihandel, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber wir wollen dafür fortschrittliche Regeln. Fortschrittliche Regeln. Und ich denke mal, dazu haben gerade die letzten Monate dazu energisch beigetragen, dass wir uns bei dem CETA in schwierigen Zeiten auch haben durchsetzen können. Dieses ist, glaube ich, eine schon beachtliche Leistung, die in den letzten Monaten auch durch Druck aus Deutschland heraus geleistet worden ist. Und ich glaube, die Initiativen, die hier gestartet worden sind, von Sigmar Gabriel, von anderen Sozialdemokraten in Europa, sie waren zielführend und haben dazu beigetragen, dass diese gemeinsam historischen Ziele, die wir haben in Europa, auch angestrebt. Und die Prinzipien von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, von Freiheit, von Marktwirtschaft und auch von Respekt vor Individuen begründet sind und sich auch in diesem entsprechenden Vertragstext wiederfinden. Ich glaube, dass die nächste Generation uns darüber dankbar sein wird, dass wir eine solche Orientierung auch mit CETA hinbekommen haben. Ob uns das mit TTIP gelingt, weiß ich nicht so ganz. Aber wir werden es erleben, wie wir uns auch in dem Thema auseinandersetzen werden. Wir wollen, und das ist mein aktueller Punkt noch mal, die Globalisierung gestalten. Das ist unser zentrales Anliegen. Wir wollen Menschenrechte, soziale und ökologische Standards verankern, Europäern und Europäern Zugang zu schaffen, auch zu dem Jobmarkt in Kanada und umgekehrt. Wir machen Schluss mit privaten Schiedsgerichten. Wir geben ein, denke ich mal, richtiges Signal in die Welt, was wir unter neuen, modernen Handelsabkommen aus europäischer Sicht verstehen. Und ich denke mal, die Themen, die in diesem Handelsabkommen verankert sind, wie Globalisierung gestalten, Investitionsschutz, aber auch ILO-Kernarbeitsnormen, Sie werden beachtet. Und stellen wir uns doch bitte nicht so hin und weisen mit dem Finger auf diese dummen Kanadier, dass die das mit den ILO-Arbeitsnormen nicht so richtig voneinander bekommen. Den Mindestlohn haben die, glaube ich, seit 100 Jahren. Einfach mal uns allein mal daran geändert. Also, die waren schon ein bisschen weiter, als wir es vor ein paar Jahren noch waren. Da hat die deutsche Industriegewerkschaft, Industriegewerkschaften, darüber gestritten, ob sie einen Mindestlohn haben wollen. Da hatten die den schon. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will an der Stelle auch hinzufügen, wir haben bei der Wirtschaft gute Entwicklungen zu erreichen. Wir haben bei den Themen Zolllinien gute Ergebnisse. Wir kommen dazu, dass wir im Bereich der Exporte, ich denke mal, pro Jahr eine halbe Milliarde einsparen können. Wir werden bei den Themen Regierungs- und Staatsunternehmen, öffentliche Aufträge, Zugang zu ungefähr 100 Milliarden bekommen. Das sind alles Chancen, die wir sollten nicht ausschlagen. Umgekehrt gilt das allerdings auch. Und dabei wahren wir unsere individuellen und auch gesellschaftlichen Rechte. Right to regulate gilt, aber auch für beide Seiten. Und das, denke ich mal, müssen wir akzeptieren. Das sind Demokraten, wir sind Demokraten. Und insofern sollten wir uns auch daran orientieren. Und die Errungenschaften der Daseinsvorsorge, die wir, ich sag mal, hochhalten, sie werden nicht in irgendeiner Weise beeinträchtigt. Alles das ist eine Mehr. Und diese Mehr sollten wir endlich mal beenden und immer diese gleichen Fackeln vor uns her tragen, mit falschen Behauptungen, mit entsprechenden, auch Desinformationen. Machen Sie endlich Schluss mit solchen orientierungslosen Politikinhalten, weil sie uns nicht weiterhelfen. Die Leute draußen wollen eine klare Orientierung. Sie wollen Klarheit bekommen. Aber was Sie dort mit manchen Redebeiträgen, aber auch mit manchen Veröffentlichungen erreichen, ist genau das Gegenteil. Das tut mir leid, das mal hier auch Ihnen ins Stammbuch zu schreiben. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Uwe Beckmeyer war das für die Bundesregierung. Er ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsminister. Nächster Redner ist jetzt Joachim Pfeiffer, der Sprecher für Wirtschaft und Energie der CDU-CSU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute mal eine Aktuelle Stunde, sonst reguläre Debatten. Und in jeder Ausschusssitzung wird das Thema ja seit Jahren jetzt diskutiert. Und um was geht es? Kollege Beckmeyer hat es ja gerade angesprochen, andere Redner, Michael Fuchs auch. Es geht darum, das bisher modernste Handels- und Investitionsschutzabkommen, das es weltweit gibt, zwischen der Europäischen Union und Kanada, als ein erster Schritt hin zu einem transatlantischen Binnenmarkt, dem nach unserem gemeinsamen Wunsch auch die USA folgen sollen und folgen werden. Da haben wir nämlich ein Verhandlungsmandat erteilt, hier im Deutschen Bundestag entsprechend die Globalisierung gestaltet. Das ist unser Wunsch, das ist unser Ziel. Und wenn wir es nicht tun, dann bleibt es nicht ungeregelt, dann werden es andere tun. Und wir haben hier diese historische Chance, diese Globalisierung zu gestalten und Regeln zu finden, die Vorbildcharakter haben, die dann nachher für andere Abkommen mit China, mit ASEAN-Staaten oder vielleicht sogar, was hoffentlich unser gemeinsames Ziel immer noch ist, nicht bilaterale, sondern multilaterale Abkommen im Rahmen der WTO zu erreichen. Ich hoffe, dass wir uns in dieser Frage einig sind. Und deshalb finde ich es ehrlich gesagt schade, dass wir auch heute, Kollege Beckmann hat es angesprochen, wenig über Inhalte sprechen, sondern Verfahrensfragen und reflexhaft Dinge aufgehoben werden, wie Paralleljustiz, Geheimhaltung, Verschwörungstheorien, Hinterzimmer. Das ist das, was Sie hier an Popanz versuchen aufzubauen. Und sagen, dass eine vermeintliche demokratische Legitimation dessen, was hier erarbeitet wurde, fehlt oder verweigert wird oder was auch immer. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass Sie der Demokratie mit dem, was Sie hier tun, insbesondere als Opposition, in Europa einen Bärendienst erweisen. Sie liefern nämlich diese Fragen dem politischen Populismus aus und den Geschäftsmodellen der Empörungsindustrie von Kampakt und wie sie Foodwatch und wie sie alle heißen und beteiligen sich auch noch daran. Und wir haben eine Arbeitsteilung. In Handelsfragen gab es auch mal zersplitterte Staaten in Deutschland. Dann hat man einen Zollverein, dann haben wir das Reich gegründet, dann haben wir gesagt, Deutschland soll diese Handelsfragen dann mit anderen lösen und nicht mehr Württemberg und Bayern und wie sie auch immer früher hießen. Wir haben dann einen Rechtsstaat mit einer föderalen Arbeitsteilung. Kommunen mit Allzuständigkeit für die örtlichen Belange, die Länder mit Zuständigkeiten für Bildung, den Bund mit seinen Zuständigkeiten, über die wir hier diskutieren. Und wir haben dann im Zuge der europäischen Integration gesagt, wir wollen bestimmte Bereiche auch in Europa übertragen. Das war die Landwirtschaft, das war im Wettbewerbsbereich, Stahl, Kohle, Früh. Das sind dann auch Klimafragen. Es verhandelt für Europa nicht Deutschland, sondern der europäische Kommissar oder die europäische Kommissarin. Und so haben wir uns auch entschlossen, dieses in Handelsfragen zu machen. Und dem Vertrag von Lissabon, insofern sind die Linken so halbwegs konsequent, dem haben Sie nicht zugestimmt. Aber die Grünen haben zu 92 Prozent dem Vertrag von Lissabon zugestimmt. Und dort sind im Artikel 207 und 216 genau diese Fragen geregelt. Und jetzt frage ich Sie, wenn wir sagen, es gibt Dinge, die wir in Europa übertragen, wir ein Mandat erteilen, dann ist die Frage, wie gehen wir dort auch damit um. Und das, was Sie jetzt machen, ist das Gegenteil dessen. Schön, dass Sie da sind, Herr Trittin. Da haben wir nämlich die Freude und die Mühe gemacht, mal zu schauen, was beim Lissabon-Vertrag damals wer und wie gesagt hat. Und Jürgen Trittin hat in der zweiten Lesung zum Lissabon-Vertrag am 24. April 2008 Folgendes gesagt, dem ich eigentlich nichts hinzufügen kann. Wenn wir Europa-Skepsis überwinden wollen, wissen wir, mit dieser Politik europäisch reden und national zu blockieren. Da haben Sie vollkommen recht. Und deshalb kann ich nur hoffen, dass wir diese zentralen Fragen nicht dem billigen Populismus anheimstellen, sondern dass, so wie wir die Aufgabenverteilung gemeinsam vorgenommen haben, wir dann auch dazustehen, uns nicht in den Busch machen und aus vermeintlich kleiner politischer Münze, die wir national denken, daraus ziehen zu können, solche europäischen Fragen dann dem Populismus anheim geben. Und wo dieses endet, haben wir in Großbritannien vor zwei Wochen gesehen. Und Sie werden auch sehen, dass das, was Sie hier sehen, Sie dann im Ergebnis auch nicht ernten wollen. Insofern kann ich nur alle hier auffordern, wirklich mit Maß und Ziel, diese Dinge auch hier in diesem Haus und bei dem weiteren Verfahren, was wir jetzt haben, entsprechend zu behandeln. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Pfeiffer. Joachim Pfeiffer war das für die CDU-CSU-Fraktion. Nächster Redner ist Alexander Ullrich für die Linksfraktion. Nächster Redner ist Alexander Ullrich. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Pfeiffer, Sie haben es richtig beendet. Was sind die Schlussfolgerungen aus dem Brexit in Großbritannien? Und ich glaube, wenn es eine Schlussfolgerung bedarf, dass dieses unsoziale und antidemokratische Europa endlich beendet werden muss. Und deshalb muss auch TTIP und CETA gestoppt werden. Ja, so hat sie auch. Ja, so hat sie auch. Und man hat ja wirklich den Eindruck, dass Herr Juncker wirklich den Schuss des Brexit nicht gehört hatte. Wer nur wenige Tage nach dieser Entscheidung zum Europäischen Rat geht und dort verkündet, das wird ein EU-only-Abkommen, der ist als EU-Kommissionspräsident völlig fehl am Platz. Ein Neustart Europas ist mit Juncker nicht möglich. Was wir auch sagen können ist, ich glaube, die Stop-TTIP- und CETA-Kampagne hat gestern einen ersten großen Erfolg erzielt. Deshalb kann man da auch nur beglückwünschen, die vielen, vielen Proteste, 3,5 Millionen, die bei der Europäischen Bürgerinitiative mitgemacht haben. Es ist ein erster großer Erfolg, dass sie Nationalparlamente nun mitbestimmen können. Das ist ein großer Erfolg auf dem Weg, TTIP und CETA zu Fall zu bringen. Herzlichen Glückwunsch an die außerparlamentarische Bewegung. Herr Pfeiffer, wenn Sie hier sagen, immer abwertend, was diese Menschen für Sorgen haben, das machen Sie ja in jeder Rede, dann sollten Sie sich doch auch mal mit diesen Argumenten tatsächlich beschäftigen. Warum gehen denn diese Menschen auf die Straße? Weil sie Angst haben, dass hinter dem Deckmantel freier Handel und scheinbaren Arbeitsplätzen Arbeitnehmerrechte abgebaut werden, Verbraucherschutzstandard abgesenkt werden, die Demokratie gefährdet wird. Das alles treibt diese Menschen um. Und ich bin beschämt, dass hier Parlamentarier sitzen, denen es offensichtlich egal ist, was mit der Demokratie passiert. Solche Leute wie Sie, Herr Pfeiffer, und andere sind der Sargnagel dieser Europäischen Union und der Menschen in diesem Land. Aber auch wenn wir einen Zwischenerfolg haben, ist natürlich der nächste Schritt schon wieder geplant. Denn natürlich ist mit der vorläubigen Anwendung das Nächste schon vorbereitet, dass man dieses Abkommen jetzt vorläubig anwenden will. Und auch das sagen wir klipp und klar. Das lehnen wir als Linke ab. Und Herr Gabriel, Sie haben ja da eine Stimme auch im Ministerrat. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie im Ministerrat deutlich sagen, es gibt keine vorläufige Anwendung, ohne dass die Nationalparlamente das ratifiziert haben. Wir brauchen keine Einschränkungen in diesen Bereichen. Und deshalb muss die vorläufige Anwendung geschoppt werden. Und ich glaube, Herr Gabriel, da haben Sie jetzt auch ein Stück weit auch eine Verantwortung. Sie haben letzte Woche ja großartig gesagt, Sie wollen die progressiven Kräfte Europas wecken. Wer die progressiven Kräfte Europas wecken will, darf TTIP und CETA nicht die Tür öffnen. Wer die progressiven Kräfte Europas tatsächlich vereinen will, muss Nein sagen zu TTIP und CETA, muss sofort die Verhandlungen stoppen und muss möglicherweise die Handelsabkommen wirklich fairer verhandeln, wie das, was da in diesen Verträgen drinsteht. Und Herr Beckmeyer, ich weiß nicht, ob Sie nicht auch ein bisschen beschämt sind über Ihre Worte, indem Sie ja sagen, das, was hier grüne Abgeordnete oder linke Abgeordnete gesagt haben, haben Sie vor der Wortwörtliche gesagt, wer so Argumente liefert, gehört nicht in dieses Haus. Man kann das so verstehen. Er hat das so ausgedrückt, Sie können ja die Rede sich noch mal durchlesen. Ich will es noch einmal sagen. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, deutlich den Finger zu erheben, wenn durch diese privaten Schiedsgerichte oder durch die Neufassung dessen, wie es das ist, eine Paralleljustiz eingeführt wird, die in Zukunft verhindert, dass noch sozialer Fortschritt oder Fortschritt im Verbraucherschutz noch möglich ist, ohne dass man verklagt wird. Das ist unsere Aufgabe als Parlament, den Finger zu erheben. Deshalb gehören Sie vielleicht nicht hier in das Parlament, wenn Sie eine andere Auffassung haben. Die Wähler haben es entschieden. Es wäre schön, wenn die Wählerinnen und Wähler auch in Deutschland mal über solche Verträge abstimmen könnten. Ich bin mir sicher, hätten wir eine Volksabstimmung über TTIP und CETA, dann hätten wir das Thema schnell beendet. Aber Sie haben ja Angst davor, die Wählerinnen und Wähler zu fragen. Deshalb glauben wir, ist gerade auch TTIP und CETA ein Beweis, warum wir auch Volksabstimmungen über solche Verträge brauchen. Dann werden TTIP und CETA schnell erledigt. Ich komme zum Abschluss. Die Stop TTIP und CETA-Bewegung hat einen Zwischenerfolg. Der ist nicht gering zu schätzen. Wir haben nun die Chancen, auch die Grünen über ihre Beteiligung im Bundesrat, das Thema in Deutschland zu beenden. Wir rufen alle auf, auch in den anderen Staaten, jetzt ihre Chancen zu nutzen. Aber wir sagen auch, wir müssen den Druck erhöhen, die vorläufige Anwendung, dass sie abgesagt wird, dass sie nicht möglich ist und dass wir auch weiter sagen, warum wir gegen diese Verträge sind. Am 17. September gibt es wieder Großdemonstrationen in Deutschland, in sieben Städten. Wir rufen auch dazu auf, sich daran zu beteiligen, damit zwei Tage später Herr Gabel sagen kann, jawohl, wir haben verstanden, auf der Konferenz der SPD, die ja am 19. September stattfinden soll. Der Druck muss weiter erhöht werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Alexander Ullrich war das für die Linksfraktion. Weiter geht es jetzt mit Bernd Westphal, dem Sprecher für Wirtschaft und Energie der SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit gestern ist klar, die E-Kommission bewertet in ihrem Beschlussvorschlag das CETA-Abkommen aus politischen Motiven als gemischtes Abkommen. Kommissarin Malmströmen bleibt aber bei ihrer juristischen Bewertung, dass CETA anders einzustufen sei. Sie begrüßen die Entscheidung, deshalb begrüßen wir die Entscheidung, dass dies ein gemischtes Abkommen ist sehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, Herr Kollege Ullrich, wenn ein demokratisch gewähltes Europaparlament hier von Ihnen diffamiert wird als undemokratisch, dann ist das keine vernünftige Europapolitik, die Sie sehen. Das Abkommen tritt nur in Kraft, wenn das Parlament dem zustimmt. Das ist eine ganz normale demokratische Übung. Im Übrigen haben wir genauso wie EU-Handelskommissionsminister immer dafür plädiert, dass es ein gemischtes Abkommen ist. Der juristische Dienst des Rates hat sich dieser Betrachtung angeschlossen. Die Bewertung von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker war sicherlich in einigen Phasen auch nicht hilfreich. Der politische Druck der Bundesregierung und unseres Wirtschaftsministers, aber auch einiger Parlamentarier und unseres Parlamentspräsidenten haben dazu geführt, dass wir jetzt dieses Einlenken der Kommission erreicht haben. Jetzt wird CETA als gemischtes Abkommen nicht nur vom Ministerrat und vom EU-Parlament, sondern auch von allen nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten und auch vom Bundesrat ratifiziert. Nach der Vorlage der übersetzten Texte liegt jetzt die Phase vor uns, diesen Text prüfen zu können. Im Rahmen der Rechtsförmigkeitsprüfung ist es gelungen, die wesentlichen Elemente des EU-Vorschlags für einen modernen Investitionsschutz in CETA festzuschreiben. Nach dem Freihandelsabkommen mit Vietnam ist dies das zweite Abkommen, in dem die EU-Kommission einen modernen Investitionsschutz mit Investitionsgerichten vereinbaren konnte. Ich will an dieser Stelle sagen, wir haben in engem Dialog auch mit der Handelsministerin von Kanada, mit Madame Friedland, über diese Themen diskutiert. Auch sie kommt zu der Bewertung, dass wir jetzt mit den Formulierungen eines internationalen Handelsgerichtshofs eine Modernisierung von Freihandelsabkommen erzielen können. Das ist eine gute Entwicklung. Wir haben ein fortschrittliches Abkommen, weil wir fairen Handel, den wir immer wollten, hiermit auch verankern können. Wir haben unsere Standards und Normen, die in Kanada und in der EU gelten, in diesem Handelsabkommen verankern können. Deshalb ist dieses Abkommen so wichtig, weil wir damit eine Chance haben, diese hohen Standards in der EU und in der Kanada als globale Richtschnur zu setzen. Das kann man nur machen, wenn man sich an den Verhandlungstisch begibt, wenn man verhandelt. Deshalb sind die Forderungen, TTIP und CETA sofort zu stoppen, völliger Blödsinn. Wir müssen uns an TTIP setzen und verhandeln, und dann kann man auch etwas erreichen und dementsprechend verbessern. Mit Kanada haben wir bisher noch kein Handelsabkommen, obwohl Kanada zu einem unserer weltweit engsten Partnerländer gehört. Leider gab es viele Missverständnisse, und da zu wenig zwischen TTIP und CETA zu differenzieren. Und damit ist jetzt Schluss. Der deutsche Vertragstext liegt diese Woche vor, und er macht es möglich, eine Analyse und Bewertung vorzunehmen. Und ich glaube ganz sicher, dass wir mit diesem vorliegenden Text es auch schaffen, einige Mythen, die einige Politiker draußen in Diskussion verbreiten, aufzuheben. Sigmar Gabriel hat Vorschläge unterbreitet, die in die Kommissionsvorschläge mit eingeflossen sind. Und ich bin ihm ausdrücklich dankbar dafür, dass nun endlich Schluss ist mit geheimen Hinterzimmer stattfindenden Stichsverfahren, sondern dass wir mit einem internationalen Handelsgerichtshof die Modernisierung dieser Handelsabkommen nach vorne treiben. Und deshalb sind wir ihm sehr dankbar dafür. Wir haben Standards im Umweltschutzbereich, bei Verbraucherschutz. Wir haben die Möglichkeit, Arbeitnehmerrechte in Form von ILO-Kernarbeitsnormen zu verankern. Selbst die kanadische Regierung hat jetzt von den acht ILO-Kernarbeitsnormen das siebte ratifiziert, erst im letzten Monat, und macht sich auf den Weg, hier diese Standards weiterhin hochzuheben. Und auch das Vorsorgeprinzip, was dort verankert werden konnte, ist damit verankert. Und Frau Dröge, das, was Sie hier in Ihrer Rede zitiert haben, sind vielleicht wissenschaftliche Gutachten. Es steht aber so nicht im Verhandlungstext. Von daher kann ich Ihnen empfehlen, wenn der Text diese Woche vorliegt, genau das nachzulesen. Es ist dort verankert. Deshalb ist das auch eine wichtige Entwicklung, was Freihandel angeht. Fest steht jetzt, mit der Vorlage des Textes können wir viele Dinge beweisen und auch erklären. Auch draußen für mehr Transparenz sorgen. in der Debatte Bundestag und Bundesrat können ihre Beteiligungsrechte wahrnehmen. Und EU und Kanada haben die Chance, weltweit diese Standards als Orientierung für andere Abkommen zu etablieren. Und deshalb ist das ein gutes Zeichen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Rede von Bernd Westphal war das für die SPD. Weiter geht es jetzt mit Jürgen Trittin, Bündnis 90 Die Grünen, der in dieser Debatte ja schon angesprochen wurde. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich wusste ja gar nicht, dass der Uwe Beckmeyer so ein Ökologe ist, dass er jetzt die Einführung der US-Stickstoffnormen für Europa fordert. Wir können ihn dabei nur unterstützen und warten auf die entsprechende Gesetzesinitiative der Bundesregierung. Lieber Herr Beckmeyer, das werden Sie nicht tun. Und dann sind wir bei dem Kern des Problems. Wenn man über Handelsabkommen redet und sich Handelsabkommen vorstellen würde, wo beide Seiten jeweils sagen, wir nehmen den höheren sozialen und ökologischen Standards, dann werden Sie auf der Seite der Linken und der Grünen überhaupt niemanden finden, der gegen ein solches Abkommen ist. Aber darum geht es hier überhaupt nicht. Das, was Sie hier praktizieren, ist nichts anderes, als dass Sie die Möglichkeit von Bundesländern, von Kommunen, vom Deutschen Bundestag, vom Europäischen Parlament und von der Europäischen Kommission über ein ausgefeiltes System der regulatorischen Kooperation erschweren wollen. Sie wollen die Standardsetzung künftig schwerer machen. Und wer sich die einzelnen Regulierungen an dieser Stelle anguckt, der wird sehr schnell sehen, zu was das führt. Nämlich, dass der Lobbydruck auf demokratisch gewählte Volksvertreter in den Kommunen, in den Bundesländern und im Bundestag und im Europäischen Parlament erhöht wird. Und das ist das Problem. Und das ist übrigens das Problem, was wir in ganz Europa haben. Und aus diesem Grunde, weil dieses Abkommen so umfassend eingreift, ist das ein gemischtes Abkommen. Ich habe mich ja schon gewundert, Herr Pfeiffer. Jetzt sind wir mal mit der Bundesregierung einer Meinung. Es ist die Auffassung der Bundesregierung, dass es sich um ein gemischtes Abkommen handelt. Da können auch allgemeine Ausführungen über den Lissabonner Vertrag nichts daran ändern. Völlig klar im Lissabonner Vertrag geregelt, deswegen habe ich für seine Annahme hier plädiert, ist, dass wenn in Kompetenzen nationaler oder subnationaler Gesetzgebung eingegriffen wird, ein solches Abkommen nicht nur von der demokratischen Mehrheit des Parlaments, nicht nur von der qualifizierten Mehrheit demokratisch gewählter Regierungen in Europa, sondern auch von den nationalen und gelegentlich regionalen Parlamenten mit ratifiziert werden muss. Das ist die Rechtslage, und ein guter Europäer sollte zu dieser Rechtslage stehen und das hier nicht verunklaren, wie Sie das gemacht haben. Ich will aber an einem Punkt noch eine nachdenkliche Anmerkung machen über die Lesefähigkeit der Kollegen. Ja, das Vorsorgeprinzip steht drinnen, vorne in der Präambel, ich glaube, aus der Rio-Konvention übernommen. Aber dann gehen Sie mal in die einzelnen Fachkapitel rein. Und dann steht dort überall der wissenschaftsbasierte Ansatz. Und das ist das Gegenteil. Das ist ungefähr so. Für die Sozialdemokraten, sage ich, mich erinnert das an den 18. Prümär des Louis Bonaparte. Da hat der Autor mal geschrieben, da steht die Freiheit in der Phrase, und die Aufhebung der Freiheit steht in der Fußnote. Und Sie vertuschen, was in der Fußnote steht. Der Unterschied für die, die es nicht wissen auf der rechten Seite, zwischen dem wissenschaftsbasierten Ansatz und dem Vorsorgeprinzip, ist ziemlich einfach. Im wissenschaftsbasierten Ansatz müssen Sie am Ende nachweisen, ob irgendeine Chemikalie Krebs erzeugt. Erst dann und am Ende eines solchen Prozesses wird sie verboten. Ich rede nicht von Glyphosat. Ich rede von den Zuständen, die in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts zum Holzschutzmittelskandal geführt haben. Das haben wir gemeinsam beendet. Und seitdem gilt in Deutschland das Vorsorgeprinzip. Und das wollen wir nicht durch Handelsabkommen an dieser Stelle aushebeln lassen. Letzte Bemerkung. Ich habe mich auch gestern kurz gefreut, als ich die Kommission gehört habe, dass sie sich geändert hat in der Haltung. Nur, ich glaube, zur Freude besteht gar kein Anlass. Die Kommission hat gesagt, was passiert, wenn wir auf unserer Rechtsposition beharren. Dann passiert gar nichts. Wir wollen aber, dass es schnell geht. Also haben Sie Ihre vermeintlich sichere Rechtsposition geräumt. Sie erklären das zu einem gemischten Abkommen und setzen alles drauf, vor einer Ratifizierung dieses Abkommen auch im Investitionsteil vorläufig in Schutz zu setzen. Und wenn Sie sagen, lieber Herr Ulrich, die hätten den Schuss nicht gehört, die haben mehrere Schüsse nicht gehört, und die sind auch nicht willens, an dieser Stelle weitere Schüsse zu hören. Und deswegen glaube ich, dass die Bundesregierung gut beraten wäre, an dieser Stelle klar zu sagen, wir sind nicht bereit, ein vorläufiges Inkraftsetzen dieses Abkommens, die Errichtung neuer Hürden für demokratische Regulierung vorläufig in Kraft zu setzen, wir sind der festen Überzeugung, dass Sie dieses ablehnen müssen im Rat. Und wir sagen Ihnen auch, ich glaube, wir brauchen in der Handelspolitik, wenn wir da hinkommen können, wo Herr Beckmeyer hin wollte, dann würde ich sagen, wir bräuchten einen Neustart, nicht nur in Europa, sondern insbesondere in der Handelspolitik, denn am Ende bleibt richtig, nur fairer Handel ist freier Handel. Vielen Dank. Jürgen Klittin war das, Bündnis 90 Die Grünen. Nächster Redner ist Andreas Lämmel für die CDU-CSU. Der nächste Redner ist Andreas Lämmel für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das ist ja sozusagen der Vorgeschmack auf die Debatten, die uns so in den nächsten Monaten erreichen werden. Und meine Damen und Herren, das war ja doch schon eine überraschende Entscheidung, die uns erreichte gestern, dass die EU-Kommission nun doch beschlossen hat, es sei ein gemischtes Abkommen, nachdem der Herr Kommissionspräsident ja letzte Woche noch kraftvoll getönt hat, dass es natürlich überhaupt keine Chance gäbe auf ein gemischtes Abkommen. Nun ist der erste Jubel hier im Saale verhallt, aber letztendlich, wenn man so die öffentliche Meinung auch verfolgt, setzt natürlich auch ein Nachdenken darüber ein, ob denn diese Entscheidung, die jetzt gefällt worden ist, unter gewissem politischem Druck, ob die wirklich sich letztendlich auszahlen wird im Sinne der europäischen Handelspolitik. Denn, meine Damen und Herren, wir diskutieren jetzt in 27 Parlamenten, in 28 Parlamenten, das ist ja auch erst mal gut. Das haben wir eigentlich hier, diese Haltung haben wir hier immer vertreten, dass dann, wenn ein Abkommen fertig ist, gibt es genügend Raum, über die Inhalte zu diskutieren. Deswegen müssen wir ja nicht jeden Freitag 15 Uhr eine linke Debatte führen, wo wir sozusagen immer das Gleiche durchkauen. Aber, meine Damen und Herren, letzte Woche war ja die Sondersitzung hier im Deutschen Bundestag zum Brexit, also zur Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger des Vereinigten Königreiches zum Austritt aus der EU. Und gerade die Grünen und die Linken und alle haben davor gewarnt, man darf den Populisten keinen Raum geben in Europa, man darf den Populisten nicht auf den Leim gehen. Aber, meine Damen und Herren, ich bin wirklich gespannt, wie die Debatte jetzt hier verlaufen wird. Also das, was Frau Dröge von der linken Seite abgeliefert worden ist, geht ja genau in die Richtung. Das heißt also, es wird hier populistisch, mit einfachsten Parolen, Angst gemacht. Und wenn Sie sich mal die Webseiten so angucken, der Organisationen, die vor allem den Grünen und den Linken nahestehen, CAMPAC zum Beispiel, ich lese Ihnen mal was vor, was auf der Webseite steht, gemeinsam mit unseren Bündnispartnern CAMPAC und Foodwatch bringen wir CETA, das Handelsabkommen zwischen Kanada und der EU, vor das Bundesverfassungsgericht. Mit unserer Klage wollen wir überprüfen lassen, ob die vorläufige Anwendung mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Und CETA ist nicht nur demokratiepolitisch gefährlich, sondern auch verfassungsrechtlich bedenklich. Kippen wir CETA, und jetzt kommt der entscheidende Satz, dann ist wahrscheinlich auch TTIP erledigt. Ja, meine Damen und Herren, das ist der Geist. Und wenn man dann mal auf dieser Seite, und wenn man dann mal auf dieser Seite, auf diesen Seiten nachforscht, wo sind denn eigentlich Argumente dafür? Was wird denn eigentlich geliefert, warum das so ist? Ja, da finden Sie gar nichts. Sie finden ja nicht mal ein paar Zeilen darüber, wo erklärt wird, was eigentlich CETA ist, was eigentlich die Hauptinhalte sind. Nichts. Das ist der blanke Populismus, meine Damen und Herren. Und das hat in Großbritannien zum Erfolg der Populisten geführt. Das Geschrei ist überall groß jetzt. Und, meine Damen und Herren, man kann nur davor warnen, so eine Diskussion hier in Deutschland über die Handelsabkommen zu führen. Es hat doch niemand was dagegen, dass man sich mit Argumenten auseinandersetzt. Aber, Herr Ernst, ich habe von Ihnen kein einziges Argument gehört, außer den üblichen Parolen. Frau Dröge, bei Ihnen genau das Gleiche. Das erzählen Sie schon seit Jahren. Sie haben einfach ignoriert, dass es in dem ganzen Verfahren bereits weitere Fortschritte gegeben hat. Sie ignorieren das, weil Sie überhaupt nicht darüber diskutieren wollen, weil Sie überhaupt keine Aufklärung unter die Menschen bringen wollen. Sie schüren ganz einfach Angst. Und das werden Sie auch weiter betreiben. Und ich kann nur sagen, meine Damen und Herren, das Ergebnis könnte sein, das Ergebnis könnte sein, dass sozusagen die EU auch in ihrer Handelspolitik völlig unbeweglich wird, dass keine internationalen Abkommen mehr zustande kommen. Und dass sich die Welt fragt, was ist denn eigentlich diese EU noch? Kann man mit denen überhaupt noch reden? Hat es überhaupt Sinn, in Verhandlungen einzutreten? Weil letztendlich in 28 Parlamenten die Dinge zerredet werden. Und das ist, glaube ich, eine ganz grundsätzliche Frage und auch die ganz grundsätzliche Verantwortung, die wir jetzt hier als Politiker im Deutschen Bundestag tragen. Und das sollte jede Partei auch bei sich mal diskutieren. Ich glaube, hier an dieser Diskussion über CETA wird sich entscheiden, wie wir auch in der Lage sind, die Dinge den Menschen wirklich nahe zu bringen, zu diskutieren, aber mit Argumenten und nicht mit Parolen. Deswegen kann ich nur eine Überschrift aus der Zeitung heute noch mal sagen. Mit Sprache nach Stimmungslage? Fragezeichen. Und das wird die Zukunft zeigen, ob die vielleicht recht hatten. Vielen Dank. Vielen Dank. Soweit Andreas Lämmel, CDU, CSU. Weiter geht es mit Klaus Bartel, dem Sprecher für Weltwirtschaft der SPD-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir wären nicht hier, um zu diskutieren, wenn wir nicht auch diese Abkommen, auch dieses CETA, um das es heute gehen soll, differenziert betrachten. Und mir fehlt etwas daran in der Debatte, weil von der einen Seite wird mit wehenden Fahnen dafür geworben und die anderen argumentieren mit ganz widersprüchlichen Argumenten dagegen. Auch bei uns gibt es in der Sozialdemokratie und in der Gewerkschaftsbewegung erhebliche Bedenken gegen bestimmte Formulierungen, die da drin stehen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, weil wir endlich eine deutsche Fassung haben, uns gründlich damit zu beschäftigen, was es zum Beispiel auf sich hat mit gerechter und billiger Behandlung, fair and equitable treatment, mit legitimen Erwartungen von Investoren, mit legitimen Politikzielen, was vom Right to regulate eigentlich übrig bleibt, warum man das in so einem Abkommen überhaupt braucht, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Wir werden hinterfragen, wie es eigentlich sein kann, dass Investorenrechte mit Schiedsgerichtsbarkeit geschützt werden, während es also mit der Durchsetzung von Umweltstandards, Arbeitnehmerrechten und Nachhaltigkeit ein bisschen schwierig ist. Wir werden den Negativlistenansatz hinterfragen, was es nämlich heißt, Liberalisierung generell. Und dann kommen hunderte von Seiten mit Ausnahmen. Also Diskussionsbedarf, glaube ich, gibt es da genug. Und wir sollten uns dieser inhaltlichen Debatte jetzt stellen und wirklich schauen, was da drin steht auf gut Deutsch. Und dazu haben wir aber genügend Gelegenheit jetzt. Und deswegen will ich das vom Verfahren her schon nochmal deutlich machen, weil da werden wirklich hier Popanzer aufgebaut, die der Sache nicht gerecht werden. Wir haben heute im Wirtschaftsausschuss diskutiert, wie das alles weitergeht. Und es ist deutlich geworden, dass der Deutsche Bundestag in einem zweistufigen Verfahren sich damit befassen wird, nämlich einmal vor der Befassung der Europäischen Räte und des Europäischen Parlaments. Und zwar hat die Bundesregierung hierzu Protokoll gegeben. Und ich will das zitieren. Die Bundeskanzlerin und Bundesminister Gabriel haben deutlich gemacht, dass ein Votum des Bundestags vor der Beschlussfassung im Rat aus Sicht der Bundesregierung wünschenswert wäre. Die Bundesregierung wird dem Bundestag eine Stellungnahme ermöglichen, indem sie ihn gemäß ihrer gesetzlichen Verpflichtungen, das ist nämlich Artikel 23 Grundgesetz, weiter frühestmöglich und fortlaufend über die Beratungen zu CETA und den weiteren Zeitplan unterrichtet. Die Ausgestaltung der parlamentarischen Befassung mit CETA liegt in der Organisationsuhrheit des Deutschen Bundestags und kann nicht durch die Bundesregierung festgelegt werden. Deswegen haben wir heute noch einmal die Anhörung im Wirtschaftsausschuss beschlossen. Und wir werden dann beraten in den Gremien, in den verschiedenen Ausschüssen und dann sicher auch im Plenum, bevor es also zu Entscheidungen auf europäischer Ebene kommt. Und wer das noch einmal nachlesen will, findet das in Artikel 23 Absatz 2 und 3 des Grundgesetzes, welche Rechte der Bundestag hier hat. Da braucht man hier kein Popanz aufbauen von wegen Geheimnistuerei und am Parlament vorbei und so weiter. Das ist alles ganz transparent. Da muss man jetzt endlich mal aufhören und dann diskutieren Sie bitte endlich mal über den Inhalt. Wir sagen aber auch dazu, dass es rechtliche Regelungen gibt, die eben auf europäischer Ebene zu entscheiden sind. Und da müssen wir endlich mal aufhören, so zu tun, als sei zum Beispiel das Europäische Parlament keine demokratisch legitimierte Veranstaltung. Die haben darüber zu entscheiden. So ist es nun mal und dafür werden Sie gewählt. Und das kann man nicht dadurch entwerten, dass man ständig so tut, als würden nur wir hier irgendwie demokratisch legitimiert sein und irgendwas entscheiden können. Die zweite Stufe wird dann sein, nach der Entscheidung der europäischen Gremien, ein Ratifizierungsgesetz, das die Bundesregierung dem Parlament vorlegt. Und wir haben dafür gesorgt, dass es ein solches Verfahren gibt und dass hiermit der Deutsche Bundestag und auch der Bundesrat sich sorgfältig damit befassen können. Ich will aber auch sagen, wir machen das nicht als Selbstzweck. Und ich glaube, man kann schon sehen, dass sich da doch auch was bewegt hat. Und das ist eben nicht mehr, mit Verlaub, Kollege Fuchs, dieselbe Fassung des Vertrags wie im November 2014, sondern da hat es wesentliche Veränderungen gegeben. Und das ist ein Riesenerfolg, auch aus einem gesellschaftlichen und demokratischen Beratungsprozess. Und den sollten wir nicht einfach unter den Tisch fahren lassen. Zu den Schiedsgerichten ist ja schon was gesagt worden, dass es keine privaten Schiedsgerichte mehr gibt. Aber einen Punkt will ich schon noch erwähnen. Ich glaube nicht, dass in Kanada jetzt Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen bzw. am Laufen wären, die wirklich jetzt die ILO-Kernarbeitsnormen umsetzen, Verbot von Kinderarbeit und die vollen Gewerkschaftsrechte wiederherzustellen, gegenüber den Anschlägen, die die konservative Regierung gegen die Gewerkschaften in Kanada gemacht hat, wenn es nicht den Druck gäbe aus diesen Verhandlungen über CETA und über internationale Handelsverträge. Und ich glaube, auf diesem Weg muss man weitergehen. Und da sind solche Verträge, solche Fair-Handelsverträge, wie wir sie anstreben, ein Weg, um international vorwärts zu kommen. Und wer diesen Weg nicht beschreiten will, vergibt eine riesige Chance bei der Gestaltung der Globalisierung. Danke, Frau Präsidentin. Bitte, Herr Kollege. Herr Klaus Bartel war das für die SPD-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Hans-Jörg Durz, CDU, CSU. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die EU-Kommission hat am gestrigen Tag zweifellos eine wichtige und bemerkenswerte Entscheidung gefällt. Nach dem Vertrag von Lissabon, und Kollege Pfeiffer hat vorher darauf hingewiesen, war die Kommission ermächtigt, das Freihandelsabkommen mit Kanada zu verhandeln und wurde dazu mit einem starken Mandat durch die Mitgliedstaaten ausgestattet. Nun haben wir seit einiger Zeit das Verhandlungsergebnis vorliegen. In Kürze wird die deutsche Übersetzung uns vorgelegt werden. Und in den nächsten Monaten wird sich der Bundestag mit dem Text auseinandersetzen. Ganz unabhängig von der rechtlichen Frage, ob es sich bei CETA um ein gemischtes oder EU-only-Abkommen handelt, diese Auseinandersetzung und intensive Befassung des Deutschen Bundestages wäre ohnehin erfolgt und dringend notwendig. Einerseits wegen unserer Beteiligungsgesetze und andererseits, weil wir es zum Teil mit einer zutiefst verunsicherten Bevölkerung zu tun haben, deren Verunsicherung in hohem Maße auf Fehlinformationen und Vorurteilen beruht. Daher halte ich es neben der ja nun geklärten rechtlichen Frage vor allem für politisch zwingend erforderlich, den Bürgerinnen und Bürgern unserer Eigenschaft als Volksvertreter zu erklären, warum es als Bundesrepublik Deutschland sinnvoll und in unserem ureigenen Interesse ist, für freien Handel einzutreten. Würden wir nicht so verfahren, würden wir die intensive öffentliche Debatte einfach ignorieren und damit genau jenen Vorurteilen Vorschub leisten, die einer technokratischen Entrücktheit und Bürgerferne der politischen Klasse das Wort treten. Stattdessen lohnt es sich, nach dem, was mir bisher bekannt ist, sich für den Abschluss des Abkommens offensiv einzusetzen. Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern die Verunsicherung nehmen und verdeutlichen, wir haben es bei CETA mit einem guten Verhandlungsergebnis zu tun. Das müssen wir erklären und das können wir auch erklären. Ich möchte auch drei Beispiele herausgreifen, um zu verdeutlichen, was bei CETA erreicht werden konnte. Das ist zum Teil schon erwähnt worden. Erstens. Die EU hat sich mit Kanada darauf geeinigt, technische Handelshemmnisse abzubauen, die den gegenseitigen Handel behindern. Der Mechanismus zur gegenseitigen Konformitätsbewertung wird bestehende technische Handelsbarrieren abbauen. Besonders klein- und mittelständische Unternehmen werden von der neuen Regelung profitieren und leichter auf dem kanadischen Markt Fuß fassen. Ausfuhrabgaben oder sonstige Beschränkungen werden zudem untersagt. Besonders unsere Elektroindustrie und der Maschinenbau werden von CETA profitieren. Zweitens. CETA stellt den Schutz der öffentlichen Dienstleistungen und damit der Daseinsvorsorge sicher. Die öffentliche Versorgung mit Wasser-, Energie-, Bildung- oder Gesundheitsleistungen liegt auch weiterhin in der Hand der Mitgliedstaaten. CETA schränkt die EU und ihre Mitgliedstaaten nicht darin ein, Maßnahmen im öffentlichen Interesse zu ergreifen. CETA beinhaltet zudem keine Verpflichtung zur Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen. Auch Rekommunalisierungen sind mit CETA weiterhin möglich. Drittens. Es ist gelungen, mit Kanada eine Einigung auf ein reformiertes System zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zu erzielen. Das ist mehrfach vorher schon angeklungen. Da handelt es sich eben nicht um die alten Schiedsgerichte, sondern um ein sehr innovatives Konzept. Private Schiedsgerichte gehören damit der Vergangenheit an. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Freihandel ist gerade für Deutschland von überragender Bedeutung. Ein Blick auf die einschlägigen Statistiken verdeutlicht dies und verdeutlicht, in welch hohem Maße die deutsche Wirtschaft exportorientiert und damit auch exportabhängig ist. Schon der Aufstieg der deutschen Wirtschaft vor bald 200 Jahren war untrennbar mit der Schaffung von Freihandelszonen und Zollunionen verbunden. Gleiches galt später für die Wirtschafts- und Währungsunion, und heute hängt jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland am Export. Nun stehen wir an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter. Die globalen Kräfteverhältnisse werden neu bestimmt, neue Akteure formieren sich und neue Allianzen werden gebildet. Welches Gewicht hat die EU gegenüber Ländern wie China und Indien in Zukunft? Von den Kritikern des Abkommens höre ich dazu keine konstruktiven Vorschläge. Wir müssen unsere Handelsbeziehungen weiter ausweiten und pflegen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Eine Exportnation braucht Märkte. Das Freihandelsabkommen mit Kanada ist eine große Chance für Deutschland wie die gesamte EU, sich in diesem Geflecht neu zu positionieren. CETA bildet dafür einen modernen Rahmen, um unseren hohen europäischen Standards zu Weltstandards weiter auszuweiten. Mit CETA können wir weltweit neue Maßstäbe für Freihandelsabkommen setzen. Wir müssen und wir werden uns in den nächsten Monaten sachlich mit den tatsächlichen Inhalten von CETA auseinandersetzen. Dabei werden wir unsere Bevölkerung mitnehmen und verdeutlichen, weshalb es eine gute Idee ist, auf Freihandel zwischen Europa und Kanada zu setzen. Vielen Dank. Die Rede von Hans-Jörg Durz für die CDU-CSU-Fraktion war das. Nächster Redner ist jetzt Dirk Wiese für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, in der vergangenen Woche, als wir die Presse verfolgt haben und das Statement von Jean-Claude Juncker in Brüssel mitbekommen haben, da ist dem einen oder anderen wirklich fassungslos geworden. Man muss das mal wirklich deutlich sagen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass die Zeiten von Karel de Gucht in Brüssel der Vergangenheit angehören. Aber das war letzte Woche wirklich ein Schaden, der wirklich in der ganzen Debatte gewesen ist. Ich bin Sigmar Gabriel wirklich dankbar, dass er umgehend reagiert hat und wirklich deutlich gemacht hat, dass dieses Verhalten nichts anderes als töricht war und nicht hinnehmbar gewesen ist. Und ich will auch ansprechen und nochmal auf die Pressekonferenz von Cecilia Malmström eingehen, die sie am gestrigen Tage gehalten hat. Ich meine, wir haben uns alle darüber gefreut, dass sie deutlich gemacht hat bzw. die Abkehr von der ursprünglichen Äußerung von Jean-Claude Juncker, dass es sich um ein gemischtes Abkommen handelt. Allerdings hat Malmström in einem Punkt Unrecht. Sie hat gesagt, rechtlich ist es ein EU-only-Abkommen, aber aus politischen Gründen würde sie ein gemischtes Abkommen vorlegen. Nein, Frau Malmström, das ist falsch. Es ist auch rechtlich eindeutig ein gemischtes Abkommen. Dies hat die Rechtsauffassung des juristischen Dienstes bestätigt. Dies haben Gutachten für das Bundeswirtschaftsministerium bestätigt. Und das haben auch Vertreter der EU-Kommission in Anhörungen bestätigt, die wir im Wirtschaftsausschuss bereits durchgeführt haben. Und was ich auch deutlich machen will, ist, es gibt ein Verfahren EU-Singapur, wo diese Frage geklärt werden soll. Und dieses Verfahren, hat Cecilia Malmström auf eindeutige Frage im Wirtschaftsausschuss gesagt, hat keinen Einfluss auf irgendwelche Einstufungen der Zuständigkeiten im Rahmen EU-Kanada. Und egal wie der EuGH im nächsten Jahr in dieser Frage entscheidet, das Abkommen EU-Kanada ist ein gemischtes Abkommen. Und diese Position ist auch rechtlich fundiert. Und ich war auch ein bisschen erstaunt, Herr Pfeiffer, und da muss ich Sie auch heute mal kritisieren, dass Sie letzte Woche entgegen allem juristischen Sachverstand gesagt haben, dass Juncker recht hat. Das ist falsch. Und da hoffe ich auch, dass Sie sozusagen diese Position noch mal überdacht haben. Und das hat sich heute an der einen oder anderen Stelle auch noch mal dargestellt. Wir als Bundestag werden uns jedenfalls die Zeit nehmen, diesen Prozess zu begleiten, zu entscheiden, zu beraten. Und das halte ich auch für richtig. Aber was ich für die SPD-Bundestagsfraktion auch noch einmal deutlich machen will, das ist, wenn wir zu der Frage des vorläufigen Inkrafttretens kommen. Und darum spielt das gemischte Abkommen so eine wichtige Rolle. Denn die Zuständigkeiten, die in die mitgliedstaatliche Kompetenz fallen, können nicht vorläufig inkrafttreten. Und zu diesen Punkten gehört eindeutig die Regelungen des gesamten Investitionsschutzkapitels, weil es hier eine Differenzierung gibt zwischen Portfolioinvestitionen und Direktinvestitionen. Und hier sind mitgliedstaatliche Kompetenzen berührt. Und darum wird bei einem vorläufigen Inkrafttreten, wenn es im Herbst dazu kommen sollte, die Schiedsgerichtsbarkeit nicht davon betroffen sein. Die wird nicht vorläufig Inkrafttreten. Bis die Inkrafttreten sollen, bedarf es einer Entscheidung des Deutschen Bundestages von uns allen hier. Und da werden wir auch darauf hinarbeiten. Und wo ich ein bisschen erstaunt bin, und ich habe auch seit gestern interessiert, die Presselandschaft verfolgt und geschaut, wer sich alles geäußert hat, ich habe mich ein bisschen gewundert, wo denn die Stellungnahmen sind des hessischen Wirtschaftsministers Tarek Al-Wazir, wo denn eine Stellungnahme ist des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, schweigen im Walde. Und ich verstehe es auch nicht, wenn die Position der Grünen, wie sie hier vorgetragen worden ist, und alle, die sich sozusagen für die Spitzenkandidatur bewerben, der Grünen, haben sich ja geäußert. Aber warum haben Sie denn nicht aus den Ländern auf die Anfragen von Kempec reagiert? Warum schweigen Sie denn? Warum beantworten Sie die Fragen von Kempec nicht, wenn Sie doch vermeintlich als Grüne eine klare Haltung haben, Nein zu CETA? Nein, das ist bei Ihnen nicht der Fall. Sie haben gar keine klare Haltung zu diesem Abkommen, weil Ihre Länderminister letztendlich im Bundesrat dafür zustimmen werden. Und der zweite Punkt, der mich gerade ein bisschen sprachlos gemacht hat, Herr Trittin, ich weiß nicht, ob Sie sich jetzt auch noch mal den Hut in den Ring werfen für die grüne Spitzenkandidatur, aber Sie haben davon gesprochen, dass die regulatorische Kooperation im CETA-Abkommen dazu führt, dass Standards abgesenkt werden. Und jetzt ist es ja manchmal hilfreich, jetzt, wo wir den deutschen Text haben, dass man jetzt keine Gutachten mehr lesen muss, die vielleicht die eigene Meinung noch einmal bestätigen, sondern wir wirklich am Text arbeiten können. Die regulatorische Kooperation im CETA-Abkommen ist auf rein freiwilliger Basis. Die Amerikaner würden das niemals unterschreiben, was in diesem Abkommen drinsteht. Und wenn es um die Frage der Standards geht, dann geht es in diesem Punkt nicht um die Frage der Standardabsenkung, weil Sie haben Umweltstandards angesprochen, darum geht es an dem Punkt nicht. Und ich bin auch erstaunt, dass Sie heute Ihre Stimme erheben. Ich habe gerade mal nachgeguckt, als Sie Bundesumweltminister gewesen sind, sind Handelsabkommen abgeschlossen worden mit Chile, Ägypten, Jordanien, Mazedonien, Mexiko, Marokko und San Marino. Sie haben nie etwas gesagt, und ich glaube nicht, dass in diesen Ländern die Standards durch diese Abkommen gestiegen sind. Und darum sollten Sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal überlegen, warum man sich heute äußert, wenn man damals anders gehandelt hat. Ansonsten zum Abschluss. Ich nehme die Anregung von Frau Dröge sehr gerne ernst. Ich hoffe, dass Sie dann auch das nächste Mal auch wirklich hier einen sachlichen Beitrag am Text machen und nicht wieder das Übliche sagen, was Sie in allen Versammlungen sagen. Allerdings müssen wir uns eins auch zum Abschluss feststellen. Eins werden wir in den nächsten Monaten in den Debatten nicht auflösen können. Das sind zwei Grundsätze. Zwei Juristen, drei Meinungen. Und dass wir momentan morgens ein Gutachten auf den Tisch kriegen, das links sagt, abbiegen, und am Mittag sagt das Gut ein anderes Gut an den Rechtsabbiegen, das werden wir nicht auflösen können. Trotzdem freue ich mich auf die nächsten Wochen und Monate, auf die intensive Debatte am deutschen Text. Und ich hoffe, dass Sie dann auch inhaltlich dazu mal reden werden. Vielen Dank. Dirk Wiese war das für die SPD, der sich hier besonders die Grünen vorgenommen hat. Nächster und letzter Redner in dieser Debatte ist jetzt Matthias Haider, CDU, CSU. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Als letzter Redner in der Aktuellen Stunde hat man immer die Gelegenheit, das noch mal Revue passieren zu lassen. Worum ging es eigentlich heute? Weil die Opposition bis gestern noch der Annahme war, dass der Bundestag bei der Abstimmung über das CETA-Abkommen nicht beteiligt werden würde, haben die Linken diese Aktuelle Stunde beantragt. Das war heute falsch. Das war gestern falsch. Und das war auch in der letzten Woche schon falsch, weil die Bundeskanzlerin schon in der letzten Woche eindeutig gesagt hat, dass sie ein Votum des Bundestages über CETA einholen möchte und das noch bevor der Rat über CETA im Herbst entscheidet. Seit gestern wissen wir, dass die EU-Kommission CETA als ein gemischtes Abkommen behandelt. Das ist jetzt für Juristen jetzt nicht so ganz überraschend, wenn gleich es da auch die ein oder andere abweichende Rechtsmeinung geben mag. Man könnte annehmen, liebe Opposition, Kollege Ernst von den Linken, damit sind Sie jetzt zufriedengestellt. Thema erledigt. Aber nein, jetzt kochen Sie das nächste Thema hoch, die vorläufige Anwendbarkeit dieses Abkommens. Das will ich Ihnen an dieser Stelle mal sagen, auch bei den fragwürdigen Anmerkungen des Kollegen Ulrich zu den Aufgaben frei gewählter Abgeordneter. Was Sie hier heute im Deutschen Bundestag machen, das ist eher wie im Schnellrestaurant mit Ihrem Antrag, mit Ihrer aktuellen Stunde gewesen, rein, was irgendwas bestellen, zweimal fünf Minuten kurz Dampf ablassen und dann rauslaufen und draußen schlecht übers Essen reden. Genau so ist es. Und draußen, draußen bedeutet, Sie verunsichern die Bürger. Sie versuchen, die Chancen der deutschen Landwirtschaft, die Chancen der deutschen Industrie und die Chancen des Handwerks zu beschädigen. Sie versuchen, und das ist mir besonders wichtig, Sie versuchen, Europa auseinanderzudifizieren. Das ist das Problem, das Sie haben. Was verbirgt sich jetzt eigentlich hinter dem Thema vorläufiger Anwendbarkeit? Nichts anderes als etwas, was bei Abkommen der EU mit Drittstaaten gängige Praxis ist. Die vorläufige Anwendbarkeit eines Abkommens bedeutet, dass die Teile eines Abkommens, für die die EU originär zuständig ist, bereits vor der Entscheidung über das Abkommen durch die Mitgliedstaaten angewendet werden können. Das ist geltendes Recht des Lissabonner Vertrages, den Sie ja ablehnen. Den Artikel 218 Absatz 5 sollten Sie trotzdem mal nachlesen. Ein demokratisches Problem, so wie Sie es hier dargestellt haben, sehe ich dabei nicht. Denn die Möglichkeit, ein Abkommen für vorläufig anwendbar zu erklären, steht so in diesem Vertrag drin. Wir Parlamentarier haben die Möglichkeit, auch dazu im Herbst Stellung zu nehmen. Wir werden hier im Deutschen Bundestag noch vor dem Ratsbeschluss im Herbst einen Antrag zur CETA und zur vorläufigen Anwendbarkeit beschließen. Damit geben wir der Regierung unsere Vorstellungen über das Abkommen mit auf den Weg. Zusammen mit dem Ratifizierungsverfahren bedeutet das sogar eine doppelte parlamentarische Befassung unseres Hauses. Und zudem wird über die vorläufige Anwendbarkeit natürlich auch über das Europäische Parlament beschlossen. Also gleich dreimal. Und dann sagen Sie noch mal, das Verfahren von CETA sei nicht parlamentarisch legitimiert. Das nimmt Ihnen doch keiner ab. Egal, wie die juristischen Fragestellungen entschieden werden, wir als Parlamentarier werden die Möglichkeit haben, uns für dieses Abkommen auszusprechen. Das ist auch richtig. CETA ist ein gutes Abkommen. Es wird in Deutschland und in Europa zu wirtschaftlichem Wachstum, zu Beschäftigung und zu sinkenden Preisen führen. Es wird Arbeitsplätze sichern. Es wird vor allen Dingen partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kanada weiter fördern. Und wenn CETA erfolgreich abgeschlossen ist, fallen Zölle. Es fallen nicht tarifäre Handelshemmnisse. Und der Marktzugang für kleine und mittlere Unternehmen wird dadurch stark verbessert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kanada und Europa verbindet mehr. Wir verbinden gemeinsame Werte. Und ich sage das auch mit einem Blick auf die etwas anti-amerikanischen Haltungen, die bei Ihnen gerade da durchschimmerten. Auch politisch setzen wir jetzt ein richtiges Signal. Wir bündeln unsere Märkte und setzen damit auf gemeinsame Standards für die Zukunft. Deshalb lassen Sie uns dafür eintreten, dass CETA erfolgreich verabschiedet wird. Lassen Sie uns der Bundesregierung im Herbst ein Ja mit auf den Weg geben. Aber vor allen Dingen sollten Sie uns dafür sorgen, dass es etwas Positives für Deutschland, für Kanada gibt. Und vor allen Dingen, dass Europa mit einer Stimme spricht. Vielen Dank.